Mein Bruder war so lieb, dass er sein Auto zu uns geliehen hat. Jetzt fahren wir durch die Türke und gehen zu meiner Heimat, wo wir wohnen. Jetzt sind wir endlich hierher gekommen. Meine Eltern wohnen immer noch dabei. Hier haben wir 20 Jahre gewohnt und das ist ein sehr wichtiges Platz für mich. Hey, bitte. Danke, Kevin. Mama hat immer das Laute gehabt in der Küche. Da kann man lesen. Runos Mancolu. Das ist die vierte Stadtfilterschule. Ich bin da nicht gegangen, aber mein Bruder ist. Weil ich mich für Mathematik interessiert. Ich bin immer gut mit der Nummer und der Zahl gewesen. Das war eigentlich mein Hobby damals. Dumme Junge. Bin. Um. Um. Untertitelung des ZDF, 2020